Auch Rückwärtsfahrn muss geübt werden. Umdrehen, umdrehen, und rückwärts zu mir. Du darfst auch gerade versuchen. Nicht so einfach, oder? Da muss ich an die Bewegungsrichtung übergekehrt werden. Hat das doch nichts mit Führerschein zu tun? Rückwärtsfahren nicht. Aber das Rückwärtsfahren gehört dazu. Wenn du beschleunigst, das soll man vorsichtig beschleunigst. Das ist beim Auflösleiten. Das ist nur so, wenn du eine Pusse bist. Wenn du keine Pusse bist, drehst du durch und gibst Gas. Das ist nur so, wenn du eine Pusse bist. Das ist nur so, wenn du eine Pusse bist. Das ist nur so, wenn du eine Pusse bist. Das ist nur so, wenn du eine Pusse bist. Die Pusse ist nur so. Das ist nur so, wenn du eine Pusse bist. Das ist nur so, wenn du einen Pusse bist. Ich hab nichts für aufgeregt. Ich hab nichts für dich. Zähne nicht mehr, du ein paar Minuten. Ich hab nichts für dich. Ich habe nichts für dich. Es ist nur so, wenn du einen Tag nicht mehr so, wenn du ein Tag nicht mehr schattest. Untertitelung des ZDF, 2020